Moin Moin zu einem weiteren JASP Video. Heute will ich zeigen, welche Diagramme in JASP gebaut werden können, inwiefern das abhängig ist von den Skalenniveaus. Außerdem zeige ich, wie man einen Mediansplit durchführt, um Gruppenvergleiche in Diagrammen anzustellen. Und zu guter Letzt zeige ich neben dem Standard-Diagramm-Tool auch noch das Flexplot-Modul, welches zusätzlich als etwas neueres Modul in JASP auswählbar ist. Damit alle mitmachen können, nehmen wir wieder einen Datensatz aus der JASP-Datenbibliothek. Diesmal zu finden unter Kapitel 4, Regression, Album Sales. Schauen wir uns erstmal die Beschreibung des Datensatzes an. Da sehen wir, der Datensatz enthält vier Variablen. Wie viel Geld ausgegeben wurde für Werbung in 1000 Pfund. Dann wie viele Musikalben tatsächlich verkauft wurden in 1000 Kopien jeweils. Wie oft der Song im Radio gespielt wurde. Und zu guter Letzt, wie attraktiv das Bandcover war. Schauen wir uns den Datensatz an. Da sehen wir erstmal die Werbeausgaben. Wie gesagt, in 1000 Pfund die Albumverkäufe. Und man kann eine ganze Ecke runterscrollen. Hier haben wir also einen großen Datensatz für insgesamt 200 Alben. Und was auffällt, ist hier, dass das Skalenniveau für die Attraktivität korrekt auf Ordinal eingestellt ist. Was uns fehlt, um sämtliche grafischen Möglichkeiten von JASP auszukosten, ist noch ein Nominas-Skalenniveau. Denn JASP entscheidet je nachdem, welches Skalenniveau vorliegt, teilweise auch, ob es einen anderen Grafiktyp darstellt. Schauen wir uns nun zuerst die deskriptiven Statistiken dieses Datensatzes an. Um einen kleinen Überblick zu bekommen. Und wir sehen, dass kein Wert fehlt. Dass 614.000 im Schnitt pro Album ausgegeben wurde für Werbekampagnen. 193.000 Alben im Schnitt verkauft wurden. Die Songs 27 Mal im Radio liefen. Und die Attraktivität auf der Skala von 1 bis 10 im Schnitt mit knapp 7 Punkten bewertet wurde. Um alle grafischen Möglichkeiten von JASP ausnutzen zu können, möchte ich noch eine nominale Variable erstellen. Dazu will ich die Attraktivität auf dem Plattencover in nur zwei Gruppen aufteilen. Sodass ein Dichotom entsteht von nicht besonders attraktiv und eben doch sehr attraktiv. Das mache ich über das Plus. Ich stelle schon auf Nominal ein. Spalte anlegen. Um das Dichotom zu erstellen, brauche ich jetzt ein Wenn-Dann-Kommando. Dann muss ich mich für einen Trennwert entscheiden. Zum Beispiel größer gleich 6. Könnte sehr attraktiv sein. Würde ich mit 1 kodieren. Track muss ich noch einfügen als Variable. Und wenn sie nicht größer gleich 6 Punkte sind, dann soll eine 0 erscheinen. Und das wäre die Kategorie der nicht sehr attraktiven Plattencover. Spalte berechnen. Schauen, ob es geklappt hat. Attraktiv. 10 Punkte. Kategorie 1. 5 Punkte. Kategorie 0. Das passt. Schauen wir jetzt nochmal in die Analyse. Da sehe ich die neue Variable zur Auswahl. Mache ich direkt mal als Split-Variable, damit ich sehe, wie unterschiedlich groß die Gruppen sind. Da fehlt mir auf. Das könnte besser sein. Die beiden Gruppen sind sehr unterschiedlich groß. Welchen Trennwert also nehmen? Typischerweise entscheidet man sich dann für den Median. Generell gilt, wenn man so eine Unterteilung macht für eine eigentlich ordinale Variable und sie auf ein Dichotom reduziert, verliert man Informationen. Das ist also nicht unbedingt zu empfehlen. Aber hier zu Demonstrationszwecken einmal gezeigt, weil die Methode des Mediansplits an sich trotz ihrer Nachteile weit verbreitet ist. Dazu muss ich schauen, wie groß der Median überhaupt ist für die Attraktivität. Ich wähle ihn hier unten an. Der liegt bei sieben Attraktivitätspunkten. Und dann werde ich das jetzt ändern. Spalte neu berechnen. Man sieht erstmal nicht direkt einen Unterschied. Schauen wir mal, was der Split zeigt. Tatsächlich, die Gruppengrößen sind jetzt zumindest ein wenig ausgeglichener. Schauen wir uns jetzt an, welche grafischen Möglichkeiten JAST bietet. Wir fangen hier rechts oben an mit Histogrammen. Beziehungsweise in diesem Fall würde man im Deutschen von einem Balkendiagramm sprechen, da die Balken sich nicht berühren. Und wir sehen hier die aufgesplittete Attraktivität. Histogramme bekomme ich in JAST nur für metrisch skalierte Variablen. Schauen wir uns mal Airplay an. Da sehen wir, die Beschriftung auf der Achse ist so angeordnet, dass sie immer genau zwischen den Balken liegt und die Balken sich berühren. Das ist eine typische Vorgehensweise bei Histogrammen. Wenn wir hier eben sehen, dass die Balken mittig beschriftet sind. Und zusätzlich kann ich ein Liniendiagramm dazu schalten. Das ist hier unter Dichte anzuhaken. Wir sehen, das ist ein sogenannter Kerndichteschätzer. Also eine Glättung des Histogramms. Dann können wir uns das Korrelationsdiagramm anschauen. Machen wir mal ein bisschen mehr Platz. Wir sehen hier das für die Gruppe 0, für die Gruppe 1. Die sollte ich noch vernünftig beschriften. Mit nicht attraktiv und attraktiv. Und hier sehen wir das entsprechende Streudiagramm zwischen den beiden Variablen Airplay und Attraktivität. Und die dazugehörigen Histogramme bzw. Balkendiagramme werden in dieser Matrix immer mit abgebildet. Ich füge jetzt die Beschriftung hinzu. Da sind die ja nicht so schön auf dem Cover. Sagen wir mal, das ist die Bach-Rubrik. Und das ist die Schick-Rubrik. Man sieht, das wird hier unten direkt eingeblendet. Und das macht die Diagramme auch gleich ein bisschen lesbarer. Bach und Schick. Und hier entsprechend auch für die Streudiagramme. Um es ein bisschen übersichtlicher zu machen für den Moment, nehme ich die Dichotome hier raus. Dann sehen wir, die ordinale Variable hat hier eine starke Schichtung. Eben dadurch, dass nur ganze Punktewerte erlaubt waren auf der Attraktivitätsskala. Auch wenn ich da jetzt ein bisschen reinzoome, habe ich hier dann das Problem, dass sehr, sehr viele Punkte übereinander liegen direkt und ich teilweise die genaue Anzahl der Punkte gar nicht mehr abschätzen kann. Das ist ein Nachteil dieser Art der Darstellung, den wir gleich mit dem Flexplot-Modul ausbügeln wollen. Ich schiebe mal alle Hauptvariablen rüber. Und jetzt gucken wir uns das nächste Diagramm an, das QQ-Plot. Das kann auf Normalverteilung prüfen, im Prinzip genau wie die Histogramme auch. Man sieht hier schon für Airplay, das sieht einigermaßen normalverteilt aus. Eine gewisse Schiefe gibt es hier. Die Attraktivität hingegen hat hier dann doch ganz schöne Ausreißer nach unten. Abgesehen davon aber auch hier eine Normalverteilung. Ebenso bei Sales, nur bei AdWords sehen wir, dass es hauptsächlich Alben gab, die wenige Werbeausgaben hatten und nur wenige mit sehr hohen Werbeausgaben. Hier sind die QQ-Plots, die geben das Gleiche wieder. Recht gute Normalverteilung. Bei Airplay, das sehe ich daran, dass die Punkte auf der Ideallinie liegen. Auf der X-Achse sind die theoretischen Quantile der Normalverteilung. Das heißt, hier werden die Punkte so aufgetragen von den Häufigkeiten her, wie es erwartet würde. In der Mitte müssten also besonders viele Punkte liegen, an den Rändern entsprechend weniger. Und auf der Y-Achse wird die tatsächlich gemessene Häufigkeit der standardisierten Residuen eingetragen. Und wenn die dann entsprechend übereinstimmen, die Häufigkeiten auf beiden Achsen, dann sieht das so aus, dass die Punkte ziemlich gut aufgeschnürt sind hier an dieser roten Linie. Nur hier unten gibt es ein paar Ausreißer zu viel. Also wenn die Punkte nach oben abweichen, dann haben wir hier zu viele Messwerte, unerwartet viele. Und wenn die Punkte unterhalb der Linie liegen, dann haben wir anders als erwartet eben ein paar Messwerte zu wenig in diesem Bereich. Für Attract sehen wir nochmal deutlich die Ordinalskalierung, sodass hier eine Schichtung entsteht. Und für Sales ebenfalls die gute Normalverteilung hier wieder bestätigt mit den wenigen Ausreißerschwierigkeiten am Rand. Und für AdWords hatten wir eine deutliche Schiefe gesehen mit viel zu vielen Messungen im niedrigen Werbebudget-Bereich. Das sieht man hier entsprechend liegen die Punkte deutlich über die Ideallinie für eine Normalverteilung. Und auf der anderen Seite, also ganz nach außen hin zu den sehr hohen Ausgaben, sind es auch nochmal ein paar zu viele und dazwischen passt es. Was haben wir noch? Tortendiagramme. Das bietet sich vor allem an für nominale und ordinale Variablen. Ich schalte mal die anderen ab, der Übersicht halber. So, da sehen wir schon, selbst bei einer ordinalen Variable kann das ganz schön unübersichtlich werden, auch wenn es nur zehn verschiedene Ausprägungen hier sind. Die Dichotome-Variable hier, das ist ein klassisches Tortendiagramm, was man auch noch bringen könnte. Hier muss man schon schauen, dass das mit den Farben passt. Die Farbpalette ist hier allerdings recht gut gewählt. Man sieht hier, Farbpalette kann man auswählen. Standard ist für Farbenblinde. Also super, dass JASP darauf achtet. Es gibt auch eine alternative Farbpalette, ebenfalls für Farbenblinde geeignet, wenn man die ansprechender findet. Die weiteren Farbpaletten gehe ich mal eben durch. Regenbogen und Grauskala, falls man sich gerade keinen Farbdruck leisten möchte und überhaupt, falls man das hier ausdrucken möchte. Wir sehen hier drüben noch Boxplots. Ich schalte zurück auf Standard-Farbmodus. Und für das Boxplot bietet sich auch an, dass wir das splitten, dass wir mehrere haben zum Vergleich. Zum Beispiel für die Sales-Variable ein Vergleich ziehen zwischen attraktivem und nicht so attraktivem Plattencover. Mal direkt das schöne Boxplot hier, wo wir sehen, Plattencover bringt schon ein bisschen was. Je schicker, desto höher die Zahl der Verkäufe. Die mittleren 50 Prozent liegen höher als auch das Minimum. Das Maximum nicht wirklich. Ausreißer gibt es hier keine. Alternativ zum Boxplot kann man das Violinelement anzeigen. Da kann ich etwas genauer sehen, wie die Häufigkeitsverteilung ist. Im Prinzip ist das eine Kerndichteschätzung auf beide Hälften aufgezogen. Und dann gibt es noch das gute Jitter-Element, wo ich wirklich jede einzelne Messung sehe. Und dann eben auch die Stichprobengröße viel besser abschätzen kann, dass die hier bei den schicken Plattencovern doch immer noch ein bisschen höher ist mit 130 als mit 70 hier bei den nicht so schicken Plattencovern. Das Ganze lässt sich auch kombinieren mit dem Violinelement. Wir sehen, die Punkte wechseln so ein bisschen die Darstellungsform. Wenn ich es ganz übertreiben will, kann ich alles anschalten. Die Farbpalette lässt sich auch ausschalten. Das ist ja bei zwei Boxplots nicht wirklich notwendig, dass man eine Farbunterscheidung macht. Dann gibt es ja eine weitere Möglichkeit, Streudiagramme zu erstellen. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, was hier auch schon unter Korrelationsdiagramme, nur mit mehr Einstellungsmöglichkeiten. Und dazu brauche ich metrische Variablen, die ich miteinander korrelieren lasse. Den Split nehme ich dafür raus. Da sehen wir schon, was der Vorteil hier ist. An zusätzlichen Einstellmöglichkeiten habe ich hier eben die Kerndichteschätzung oder die Häufigkeitsverteilung hier außen anliegen, dass das nicht auf mehrere Diagramme verteilt ist. Ich kann hier eine Mittellinie ziehen. Die kann ich auch als lineare Regression darstellen. Konfidenz mittlerweile kann ich an- und abschalten. Ich mache sie mal ein bisschen breiter, dass man sie auch vernünftig sieht. Da geht noch mehr. Man sieht es hier als graue Schattierung, denke ich, ganz gut. Und wer die geglättete Kerndichteschätzung nicht mag, kann hier natürlich auch auf Histogramm umschalten und das separat für beide Achsen. Airplay hier, Sales da. Und man sieht, das ist doch deutlich eine Korrelation, also ein Zusammenhang. Je mehr Albenverkäufe, desto mehr wird auch die Platte im Radio gespielt. Und natürlich funktioniert dieser Zusammenhang auch umgekehrt. Ich kann das Ganze mal tauschen hier. Je mehr die Platte im Radio gespielt wird, desto mehr Verkäufe. Logisch. Ja, jetzt kann ich sogar noch eine dritte Variable hier mit reinnehmen. Dazu kann ich eine ordinale oder eine dichotome oder nominale Variable hier unten in den Split ziehen. Auch das wird mir dargestellt. Wir sehen hier über eine entsprechende Farbskala, Farblegende. Und da sehen wir deutlich, dass die nicht so schicken Plattencover eben auf einer etwas niedrigeren Level angesiedelt sind, was die Verkäufe angeht. und die schickeren Plattencover auf einer höheren Ebene. Ich zoome da mal so ein bisschen rein. Wenn man hier unten rechts an die Ecke geht, kann man das vergrößern. Ja, und man sieht auch schön, wie die Punkte entsprechend eingefärbt sind. Und manchmal kann man dann deutlich unterschiedliche Cluster erkennen in so einer Situation. Wenn ich jetzt andere Skalenniveaus miteinander kombinieren möchte, zum Beispiel noch eine dritte metrische Variable in den Graphen mit aufnehmen möchte, stoße ich an die Grenzen dieser Software, dieses Deskriptiv-Moduls. Da sehe ich, das wird mir aufgeteilt in drei Diagramme, statt dass ich das in einem sehen könnte. Und das erschwert natürlich die Analyse, immer weil ich jetzt mit dem Auge springen muss und immer auch umdenken muss von Achse zu Achse. Hier habe ich Airplay, Airplay und dann habe ich da aber auf einmal Sales. Klar, anders geht es nicht von den Kombinationsmöglichkeiten her. Also, was mache ich jetzt? Kann ich vielleicht Sales hier unten reinpacken? Nee, das geht nicht. Metrische Variablen darf ich hier unten nicht reinpacken. Das ist gesperrt. Ist nicht unbedingt sinnvoll, aber dieses Deskriptive-Modul soll den User hier so ein bisschen leiten und nicht überfordern. Deswegen sind die Möglichkeiten hier so ein bisschen eingeschränkter und wer mehr will, muss Flexplot nutzen. Kann man hier über das Plus aktivieren. Visuelles Modellieren anhaken. Dann erscheint dieser Button und dort haben wir das Flexplot-Modul. Hier sehe ich, habe ich mehr Kategorien, in die ich rüberschieben kann und ich habe hier keine Beschränkung, was die Skalenniveaus angeht. Es steht hier unten keinerlei Vorgabe. Ich schiebe jetzt also mal alle drei metrischen Variablen rüber und schaue, was passiert. Und wir sehen schon, aha, tatsächlich schafft er es, die alle in einem Diagramm darzustellen mit einer entsprechend automatisch gesplitteten Legende, sodass hier drei Kategorien für die Anzahl der Radio Airplays dargestellt werden. Weitere Möglichkeiten, die das Flexplot-Modul bietet. Unten hier in den Optionen. Ich kann die Punkttransparenz heruntersetzen, sodass sie deutlicher sichtbar werden. Ich kann die Streuung oder den Jitter, wie es auf Englisch heißt, erhöhen. Das macht jetzt allerdings für metrische Variablen wenig Sinn. Es sei denn, es überlagern sich doch mal Punkte. Dann kann man besser sehen, wie hier, dass da eben zwei Punkte auf dem gleichen Fleck liegen. Das Ganze könnte ich aber auch ohne Jitter und halbtransparent dann machen. Dann sehe ich eben Punkte, die direkt aufeinander liegen, als deutlicher hervorstechend. Und mit etwas stärkerer Farbgebung hier als die umliegenden Punkte. Auch hier kann ich die Anpassungslinie umschalten. Zum Beispiel, dass sie Konfidenzbänder anzeigt oder Konfidenzintervalle. Ich kann auf eine Standardlinie eine Regression umschalten, wie man sie vielleicht eher kennt. Für die Konfidenzintervalle kann ich Quartile nehmen, Standardfehler, Standardabweichungen. Und das Diagrammschema lässt sich ja auch umstellen. Man sieht, die Achsen und der Hintergrund sind unterschiedlich gehalten, je nachdem, welchen Stil man mag. Und Farbpalette ist natürlich hier auch wählbar. Nature ist ein bisschen kräftiger. und ein Graustufenbutton. Die zusätzliche Streuung ist dann besonders wichtig, wenn ich ordinale Variablen habe und viele Punkte aufeinander liegen. Ich mache mal die Konfidenzintervalle aus. So, jetzt hat man zwar durch diese durchsichtige Darstellung einen Eindruck, wo am meisten Punkte liegen, aber die Grauabstufung, da muss man doch schon sehr fein schauen. Deswegen ist mein Favorit, hier auf volle Pulle zu stellen und dafür die Streuung entsprechend zu erhöhen. und schon hat man einen Eindruck, wie viele Punkte wirklich in welchem Bereich liegen. Vielleicht ein bisschen überdreht hier. So, jetzt kann man auch noch besser zwischen den unterschiedlichen Attraktivitätskategorien unterscheiden. Plot Labels lassen sich noch einstellen, also ich kann hier Überschriften, Legenden, Beschriftungen und Ähnliches selbst auswählen. Und auch wenn ich jetzt hier schon zwei Variablen drin habe, kann ich natürlich auch hier wieder eine dritte Variable einfügen und habe jetzt hier den Attraktivitätssplit, sodass ich klar sehe, hier habe ich die schicken Plattencover, hier die Plattencover. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ciao, ciao!